Der Fußballklub Viktoria Köln 1904 e.V. ist ein Fußballverein aus dem rechtsrheinischen Kölner Stadtteil Hönberg. Der Verein wurde am 22. Juni 2010 als Nachfolger des insolventen SCB Viktoria Köln gegründet. Die erste Fußballmannschaft spielt seit ihrem Aufstieg im Jahr 2012 in der viertklassigen Regionalliga West. Heimspielstätte ist der Sportpark Hönberg mit einer Kapazität von 12.000 Plätzen. Die Wurzeln des Vereins reichen zurück ins Jahr 1904, als mit dem FC Germania Kalk der älteste Stammverein gegründet wurde. Es kam zu zahlreichen Fusionen unter den Vereinsnamen Preußen Delbrück und SC Viktoria Köln spielte man in der damals noch erstklassigen Oberliga West beziehungsweise zwischen 1978 und 1981 in der 2. Bundesliga Nord, ehe der Anschluss an den höherklassigen Fußball verloren ging. Mittlerweile zählt der Verein nach dem 1. FC Köln und dem SC Fortuna Köln wieder zu den erfolgreichsten im Kölner Fußball. Geschichte Wie alle größeren Kölner Fußballvereine ist auch die Viktoria das Ergebnis mehrerer Fusionen. Damalige Stadtteilmannschaften sollten zu großen Vereinen heranwachsen mit dem Anspruch, Vereine für die ganze Stadt zu werden. Die Viktoria und ihre Vorläufervereine blieben allerdings im Bewusstsein der Kölner immer Repräsentanten der rechten Rheinseite. Die linksrheinischen Fußballvereine sind bzw. waren der FC die Fortuna und der VfL 1899 bzw. deren Vorläufer. Am 29. Juli 1904 wurde mit dem FC Germania Köln der älteste Stammverein der heutigen Viktoria gegründet. Dieser fusionierte 1909 mit dem 1905 gegründeten FC Köln zum SV Köln 04. Zwei Jahre später folgte die Fusion mit dem 1906 gegründeten Müllheimer FC zum VfL 1904 Müllheim Kalk. Nachdem 1910 bzw. 1914 die bisher selbstständigen Städte Kalk und Müllheim nach Köln eingemeindet worden waren, erfolgte 1918 die Umbenennung in VfL Köln 04 RRH. Ein weiterer Stammverein ist der Müllheimer SV 06. Dieser wurde 1906 als Müllheimer Ballspielklub gegründet und fusionierte später mit dem FC Union Müllheim zum Müllheimer SV 06. Am 29. Juli 1949 fusionierten der Müllheimer SV 06 und der VfL Köln 04 RRH zum SC Rapid Köln, der sich im heutigen Sportpark Höhenberg niederließ. Am 10. Juli 1957 fusionierte der SC Rapid dann mit Preußen-Dellbrück zum SC Victoria Köln. Preußen-Dellbrück wurde am 6. April 1912 als FK Preußen-Dellbrück gegründet. Im Januar 1919 erfolgte die Umbenennung in FV 1912 RRH und 1926 die in SC Preußen-Dellbrück. Am 1. Juli 1994 fusionierte der SC Victoria Köln mit dem 1930 gegründeten SC Brück zum SCB Preußen-Köln. Der Name Preußen sollte dabei an den Stammverein Preußen-Dellbrück erinnern. Am 11. Juni 2002 wurde die Umbenennung von SCB Preußen Köln in SCB Victoria Köln wirksam. Der SCB Victoria Köln musste am 1. August 2010 Insolvenz anmelden. Der heutige FC Victoria Köln wurde gegründet, um die Jugendarbeit des SCB Victoria Köln zu retten. Der VfL Köln 04 RRH gewann 1926 die Westdeutsche Meisterschaft und scheiterte in der ersten Runde der Deutschen Meisterschaft mit 1 zu 2 am Berliner Verein SV. Norden-Nordwest. In den Jahren 1935 und 1937 sicherte sich der VfL die Meisterschaft der erstklassigen Gauliga Mittelrhein. Scheiterte auf Reichsebene aber jeweils bereits in der Gruppenphase. 1947 landete die Mannschaft in der Meisterschaftsrunde der britischen Zone nach einem 4 zu 1 Sieg über Rot-Weiß-Oberhausen auf dem dritten Platz. Die rechtsrheinischen waren für die 1947 eingeführte Oberliga West qualifiziert. Als Tabellenvorletzter musste die Mannschaft absteigen. Ein Jahr später verfehlte sie die Qualifikation für die neu eingeführte 2. Division. Ähnlich erfolgreich war der Müllheimer SV 06, der 1934 und 1940 die mittelrheinische Gaumeisterschaft gewinnen konnte. Bei den Ausscheidungsspielen zur Deutschen Meisterschaft kam das aus jeweils in der Gruppenphase. Nach dem Krieg qualifizierten sich die Müllheimer für die neu geschaffene 2. Division. Der Verein nahm nach der Fusion mit dem VfR 04 RRH. Dort unter dem Namen SC Rapid Köln teil. Der als Hoffnungsträger gegründete SC Rapid konnte während seines knapp achtjährigen Bestehens die Erwartungen nicht erfüllen. Nach drei Jahren stieg die Mannschaft aus der 2. Division ab und kehrte nicht mehr zurück. Preußen-Dellbrück, das vor dem Zweiten Weltkrieg sportlich unbedeutend war, preschte nach Kriegsende Uhr plötzlich nach vorne. Erst nach dem vierten Entscheidungsspiel mussten die Preußen aus der Oberliga West absteigen. Nach dem direkten Wiederaufstieg wurden sie 1950 Sensation-Svizemeister. Bei der Deutschen Meisterschaft verhinderte Kickers Offenbach durch einen 3-0-Sieg im Wiederholungsspiel den Dellbrücker Einzug ins Finale. Am 10. Juli 1957 fusionierten Preußen-Dellbrück und der SC Rapid Köln zum SC Victoria Köln, um der Dominanz des 1. FC Köln-Einhalt zu gebieten. Doch auch die Viktoria rangierte nur im Mittelfeld der Oberliga. Ihr gelang es nicht, sportlich zum linksrheinischen FC aufzuschließen. Obwohl sie in dieser Zeit so namhafte Trainer und Spieler wie Hennes Weisweiler, Erich Rebeck, Gerubisanz oder Gene Nöring beschäftigte. In der Saison 1962-63 nahm die Viktoria am Messepokal teil, scheiterte aber bereits in der ersten Runde an Verenvaros Budapest. Von 1963 bis 1972 sowie in der Saison 1973-74 spielte die Viktoria in der damals noch zweitklassigen Regionalliga West. In der Saison 1974-75 sorgte sie im DFB-Pokal für Furore, als sie nach Siegen über die Stuttgarter Kickers, die Usinger TSG und Eintracht Braunschweig das Achtelfinale erreichte, in dem sich Borussia Dortmund erst in einem Wiederholungsspiel durchsetzen konnte. Von 1978 bis 1981 spielte der SC Viktoria in der 2. Bundesliga, danach bis 1994 in der drittklassigen Oberliga Nordrhein. In der Saison 1994-95 spielte der SCB Preußen Köln in der neu geschaffenen Regionalliga West-Sidwest qualifiziert, hatte sich der SC Brück. Trotz sofortigem Abstieg stellte der Verein mit Jörg Bayer den Torschützenkönig. In den folgenden Jahren pendelte die Mannschaft zwischen der Oberliga Nordrhein und der Verbandsliga Mittelrhein. 2010 musste sie in die Landesliga absteigen, der inzwischen insolvente Verein trat dort jedoch nicht mehr an. FC Viktoria Köln bereits am 22. Juni 2010 wurde mit dem FC Viktoria Köln 1904 ein Nachfolgeverein gegründet. In der Spielzeit 2010 Elftel übernahm dieser sämtliche Jugendmannschaften des SCB Viktoria inklusive deren Liga Zugehörigkeit. Der neu gegründete Verein sollte eigentlich in der Landesliga starten, wurde vom Verband jedoch in die Kreisliga D zurückgestuft. Am 24. Februar 2011 beschlossen die Mitglieder des FC Viktoria einstimmig die Aufnahme der ausgegliederten Seniorenfußballabteilung des FC Junkersdorf in ihren Verein. Da dieser in der Saison 2010 Elftel Meister der Mittelrheinliga geworden war, konnte der FC Viktoria ab der Spielzeit 2011 Zwölftel in der NRW-Liga antreten. Ab diesem Zeitpunkt engagierte sich der Unternehmer und Metzen des TSV Germania Windeck Franz Josef Wernse, der den Verein von der Kreisliga C in die Regionalliga führte zusätzlich bei der Viktoria. Die mit zahlreichen Windecker-Spielern verstärkte Mannschaft wurde mit einem Punktvorsprung auf die Sportfreunde Siegenmeister der NRW-Liga-Saison 2011 Zwölftel und stellte mit Mike Wunderlich auch den Torschützenkönig. Im Saisonverlauf wurde ZB Rot-Weiß-Aalen mit 9 zu 0 geschlagen. Die erste Saison in der Fußball-Regionalliga West beendete die Viktoria nach einer Startphase mit 8 Siegen in Folge und nach 2 Trainer wechseln. Auf dem 6. Tabellenplatz Im DFB-Pokal 2015-16 erreichte Viktoria Köln mit einem 2 zu 1 Sieg über den Zweitligisten Union Berlin die 2. Runde. Stadion Heimspielstätte der Viktoria ist der Sportpark Höhenberg, der auch unter dem Namen Flughafenstadion bekannt ist. Das Stadion wurde zwischen 1929 und 1931 komplett umgebaut. Das erste Spiel nach dem Umbau fand am 20. September 1931 statt Gegner war der FC Schalke 04. Die Haupttribüne bietet 3000 überdachte Sitzplätze. Für die Regionalliga-Saison 2012 Dreizehntel wurden umfangreiche Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Von Mai bis August 2012 wurde der Sportpark Höhenberg für 1,1 Millionen Euro saniert. Unter anderem wurde eine Flutlichtanlage installiert, die auch den Ansprüchen höherer Spielklassen genügen soll. Das Stadion bot nach dem Umbauplatz für 6.214 Zuschauer. Im Rahmen von Konföderationen Pokal 2005 und Weltmeisterschaft 2006 nutzten die Fußball-Nationalmannschaften von Tunisien, Japan und Frankreich den Sportpark für Trainingseinheiten. Neben dem Stadion befindet sich außerdem ein Kunstrasenplatz, auf dem die Nachwuchsmannschaften der Viktoria spielen und trainieren. Wernze nannte dabei den Gelredom im niederländischen Arnheim als Vorbild und brachte eine gemeinsame Nutzung durch die Viktoria und Fortuna Köln ins Gespräch. Persönlichkeiten Die folgenden Persönlichkeiten waren bei der Viktoria bzw. deren Vorläufern als Spieler oder Trainer aktiv. Kader Saison 2015-2016 Stand 14. August 2015 Wechsel zur Saison 2015-16 Stand 28 Zudem Kader Saison 2015-2016 Oswald Begrenzen 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 Rad element Kader Generation Mit